Okay, wir haben den Kran gedreht. Und es geht nicht. Alles klar, wahrscheinlich war die Kanalisation noch irgendwie voll mit irgendwas. Also beziehungsweise hat irgendwas davor gestanden vor dem Einjohn. Ja, wenn du es nur antippst. Oh, nee, Alter. Ja, jetzt wäre natürlich der Monotov-Cocktail echt gut gewesen. Aber natürlich muss er jetzt auch nachladen. Lass mich vorbei. Hau doch ab. So, komm, wir rennen einfach weg. Wo sind sie? Rennen in der Hölle! So, wir rennen runter und wir sind hoffentlich out of reach. Uah, Ratten. So, schön. Na, toll. Dann sind wir jetzt an meinem absoluten Lieblingsplatz. Der Kanalisation. Ganz toll. Oh, das sieht doch wirklich alles so krass eklig aus. So, gönnen wir nochmal ganz kurz hier eine Flasche. Ja, nein, sind die mitgekommen? Sind die mitgekommen? Hau ab! Oh Mann, wieso sind denn die mitgekommen? Boah, jetzt ist aber Lüte. Jetzt ist aber mal U-Fointe. So. Bruder-John mäßig. Mann! Was ist mein Steg? Das ist aber schön, wie so rumglibbern, ey. Okay, gut. Schade, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass sie mir nicht darin folgen. Naja, so irrt man sich. Oder so kann man sich irren. So, wie sieht's? Okay, ich hab noch 10 Schoße. Ich hab keinen Nahkampf. Naja, bis auf diese olle Blödrohr hier vorne. Irgendwie wird so... Oh, und da vorne sitzt schon wieder der Nächste. So, den Scorni hätte ich beseitigt. Aber dafür ist... Sind die Teilrohr auch schon gleich wieder kaputt? Es ist doch... Es ist doch... Es ist ein Kreuz. Verdammt. Oh, nee, Alter. Oh, nee. Was war denn hier? Was kann ich hier nehmen? Ein Stein. Was war denn dit? Was war denn dit? Oh. Wie, möchte ich jetzt hier nicht rankommen? Ah. Schüttelst mich ja gleich. Schüttelst mich ja gleich. So, es war irgendwas Insektenart jetzt. Irgendwas Spinnenart jetzt. Freude. Einfach Freude. So, hier finde ich jetzt überall Steine. Warum finde ich hier jetzt schon Steine? Hier kommt kein Gegner noch. Wahrscheinlich kommen sie jetzt gleich um die Ecke. Ich schüße ihn. Okay, sie sind schon zu hören. Natürlich. Ich stecke den Rohr echt gut ein, ey. Irgend so ein Backstein an den Schädel. Irgendwie ein Rohr noch rüberhezogen. Und noch... Zwei Schüsse. Es ist... Es ist doch... So, finden wir hier vorne... Äh, die ist ja warte. Ja. Okay, eine Flasche. Ist gut. Okay, und hier kommen wir auch wieder raus. Das begrüße ich. Möchte jetzt hier nicht mehr sein. Los, schnell weg. So, okay. Ach, wir sind nicht viel da draußen. Wir sind einfach nur drin im Gebäude. Okay. So weit, so gut. Ich bin im Lagerhaus. Okay, gehört schon wieder irgendwo... Mh, gehört schon irgendwo wieder so rumhicheln. Wir können mal gucken, ob wir so... Nein, sind wir voll mit den Flaschen? Ja, wir sind voll damit. Warte mal. So, okay. Ich hoffe natürlich, dass wir... Irgendwie die Möglichkeit haben, auch an ihm vorbeizuschleichen. Astra. Was? Ich habe mich schon gewundert. Oh nein, wo ist er? Wo ist er? So, bitte nicht wundern. Ich habe die Alerts heute jetzt mal ein bisschen minimiert irgendwie, weil ich dachte mir... Ich wollte welche raussuchen, die so ein bisschen zum Spiel passen. Und deswegen sind heute nicht so viel drin. So, was haben wir hier? Das sieht mir aus. Trompete. Das wird ein Collectible sein. Sehr schön. Und wir haben es... Oh, hoppala. Wir haben es vollzählig. Zeig mir den Set-Bonus an. Warum macht er das nicht? Space anzeigen. Set-Bonus-Text anzeigen. Tut er nicht. Warum tut er das nicht? Okay. Also, vorhin ging es. Jetzt geht es nicht. Seltsam. Ähm... Es ist halt neu. Wahrscheinlich haben... Wird das Spiel noch so einige Bugs haben, irgendwie, die halt... Die es noch zu fixen gilt. Äh... Das wird wahrscheinlich einer davon sein. Schade. Okay. Gut. Denn wird ja hier hoffentlich irgendwo das Buch sein. Bitte gleich hier vorne. In Sicherheit noch irgendwo. Stronenkugeln. Vier Stück. Ah, Mann. Warum vier Stück? Das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Da ist Blut. Das finde ich nicht gut. So, was haben wir hier? Ein Schürhaken. Ah, der wird ohnehin lange halten, glaube ich. Okay. Wir gucken mal. Achso. Um das ja auch vor allen Dingen mal klarzustellen hier. Äh, 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 wie Benni vorhin meinte hier. Main Act. Kannst verjessen. Ich bin hier nicht der Main Act. Also. Nur um das hier nochmal, äh, kurz ins rechte Licht zu rücken. Ja. Nur weil ich hier um 18 Uhr heute anfange. Oh, bitte. Oh, bitte. Lass mich die nehmen können. Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ja, eine Tommy Gun. Jawohl. Das finde ich gut. So, aber ich habe keine Patronen dafür. 20 Stück. Was? Mann, 20 Stück. Maschinenwehr Patronen. Vorräte. Die nehme ich alle mit. Die nehme ich alle mit. Allesamt. So, okay. Wir brauchen eine Kombination. Wir brauchen eine Kombination und wir haben sie noch nicht. So, okay. Finden wir die vielleicht in diesem Buch. Besagtes Buch. Können wir das Messer mitnehmen? Oh, also hier steht eine Menge rum. Ich denke, wir müssen uns hier echt hart verschanzen. Die Globe, das wird heftig. All seine Dinge. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Okay, links liegt Pine. Rechts die Leere. Und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. Okay, also die ersten beiden könnte tatsächlich halt, ja, Pine hat vier Buchstaben, Leere hat fünf. Links vier, rechts fünf vielleicht. Maybe, vielleicht. Ich weiß nicht. Bitte? So, ich denke, das wird schon unsere Kombination gewesen sein. Jetzt, wir schauen nochmal kurz. Also es werden nicht jetzt einfach nur zwei Zahlen gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Tja, Leute, habt ihr eine Idee? Der Chat ist still. Alle so, nein, nein, mach mal die Scheiße schön alleine, mein Freund. Ich hab da jetzt. Okay, Bock. Kannst du nochmal nachschauen, wo du das Dokument gefunden hast? Können wir machen. Können wir machen. Aber ich glaube, da war... Das war hier unten drin. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Vier, fünf, vier. Aber genauso hab ich's doch schon gemacht. Genauso, wie die ist. Von der Zwölf ausgehend. Genauso hab ich's gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nochmal vier. Eins, zwei, drei, vier. Ein von den Richtungen hat's auch gestimmt. Vier nach links. Fünf nach rechts. Und wieder vier zurück. Geben auf die Ziffer vier. Hier. Quasi. Und jetzt von hier aus gehend. Oder meinst du jetzt... Ich soll auf die... Nee. Warte mal. Äh, 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 äh. Also quasi... Nach links gehend. Nein. Äh, äh. Aber das ist ja... Oh, ist das schlecht, Alter. Echt? Ah, ist nicht gut. Ist das... Ist das schlecht. Okay. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. 19. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert. Vier Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers. Bekannt als... Der schwarze Pharao. Hm. Okay. Was war denn drin im Sarkophag? Los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy, dem Schattenmann, das erste Mal begegnet ist. So, und ich denke, jetzt wird's abgehen. Was ich jetzt gerade sehr unlogisch fand, warum jetzt ab vier los? Ne? Keiner... Du hast nirgends wohl einen Indikator gehabt, dass du ab der vier losdrehen musst. Ne? Stand auf der zwölf. Ist mir ein bisschen unlogisch. Egal. Er ist offen. Das ist das, was zählt. Mal gucken, was so noch für LucasArts-ähnliche Rätsel von Zug kommen. So, jetzt werden wir wahrscheinlich erst mal Feine kommen. Oh Gott. Müssen wir uns nach oben hin fallen lassen? Also müssen wir uns wieder nach oben hin bewegen? Hm. Ja. Und ich kann nicht runter. Ach, leck mich doch. Was soll denn das? Boah, wer ist er? Ah, du kommst einfach nicht raus. Na, krass, du kommst hier nicht raus. Du kannst nicht an den Feinden einfach vorbeilaufen irgendwie. Egal. Ne? Da reicht, wenn du so... Keine Überschneidung. Kommst du nicht dran vorbei. Echt jetzt? Alles normal? Nein, nicht alles normal. Okay. Ach Gott. So, komm mal erst mal hierher. So. Ein bisschen umlaufen. So, und du kannst... Du musst jetzt Kuh gedrückt halten und laufen. Das ist so richtig krampfy. So. So. Auf, Junge. Ja, und er bewegt sich halt auch nicht besonders schnell. So, weiter jetzt. Reload. Okay. Wie gesagt, Kampfsystem ist so ein bisschen so die wirklich große Schwäche an dem Spiel. So, okay. Da hinten ist scheinbar noch einer. So. So, ich würde mal was spendieren hier. Mann. Alter. Wieso? Was? Warum? Äh? Moment. Okay. Da haben wir es. Wollt nicht. Oh nein. Er trifft sie nicht. Sie zählen so außerhalb des Areals. Scheiße. Schauen, ob das hier mit dem Stein geht. Oh nein. Machen, das geht. Okay. Gut, gehen wir ein bisschen näher ran. Ne, mit der Schusswaffe trifft er nicht. Interessant. Was aber schlecht ist. Was wirklich schlecht wäre. Weil wenn er jetzt sagt, dass quasi erst alle Monster für den Checkpoint getötet werden müssen. Das könnte schwierig werden. Er läuft auch nicht schneller, sobald er was in den Händen hat. So. Ah, jetzt ist er hergekommen. So, Freundchen, was ist mit dir? Oder müssen wir einfach bloß rauslaufen? Probiert mal kurz mit da nochmal. Bist du... Och, wüsste wat? Oh Mann, no, Alter. Du musst erst rauslaufen. Das ist doch scheiße. Ja, danke. Wie? Wie geht's, Alter? Was ist das denn für eine ekelhafte Scheiße, Mann? Mein Hut wieder. Fui, Deibel, Alter, ey. Das war nicht gut. Das war ja nicht gut. Und er lässt sich halt richtig, richtig Zeit. Er lässt sich richtig Zeit für seine Aktion irgendwie. Ja, ist nicht anders. So, vielleicht können wir da drüben in die erleuchtete Tür gehen. Das will ich gut finden. Okay, mit draußen hat er echt zu tun. So, okay. Gehen wir mal gucken. Ah, das ist ja ein schöner Salon. Hallo? Ich kam für ein Glas Tee. Eine Tasse Tee, bitte. So, hier haben wir den schwarzen Pharao. Tempel der Mysterien. Hm, hm, hm. Ist der in der Zauberland, oder was? So, okay. Sag mal. Warum ist denn unser Zimmer immer ganz oben? So, okay. Und schau mal rein hier. Jeremy. 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 Sagen Sie mir, was das alles soll? Willkommen, Detective. Zur größten Show diesseits des Mississippis. Nia Latotep. Der schwarze Pharao. Der uralte Magier, der tausend Leben lebte und tausend Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um. Hm, was sollen wir jetzt sehen? Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg. Was man tun muss. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Wenn es wüsst, sagt er uns doch. Ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht. Ich muss dieses Opfer bringen. Er sieht jetzt nicht so aus, als wenn er uns einfach so umschubsen könnte. Ich werde Sie retten. Keine Sorge. So, ihr wüsst es klassentechnisch. Aber gut. Wir sehen echt fertig aus, Alter. Wir sehen echt fertig aus. So, okay. Gut, dann lass uns mal schauen. Können wir uns jetzt hier noch irgendetwas angucken? Wenn man jemanden, der nicht gerettet werden will. Ja, gute Frage. Naja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. So, darf ich mir mal hier den Tischtenniskeller nehmen? Dankeschön. Aha. Okay. Alles klar. Hier brauchen wir wieder eine Dreierzahlenkombination. So, schauen wir mal, wo wir die finden. So, was haben wir hier? Aha. Gott, Alter. Uns verfolgt, uns verfolgen diese blöden Gimini's irgendwie. Ähm, Quatsch, diese, äh, äh, sag mal. Na? Sternzeichen. Gimini's. Blödsinn. Das Willengeverfolgen uns. So, was haben wir da? Da haben wir wieder Sitter. Dann haben wir Sitter. Und wir haben Sitzzeichen. Okay. Gut. Dann lass uns kurz mal nochmal nachschauen. Da. So, wir haben also einmal Jungfrau. Wir haben Fische. Und, wie, warte mal? Zwilling haben wir. Und doch Fische, genau. Okay, also. Zwilling, Jungfrau, Fisch. Mal kurz gucken, ob das von den Größenverhältnissen... Nee. Ich weiß immer nicht, ob die Größenverhältnisse relevant sind. Beim letzten Mal war es das. Gucken wir mal. So. Also. Zwei. Jungfrau war in der Mitte. Hm. Okay, der Stuhl. Es ist der Stuhl. Ah. Und der Sarkophag. Welcher Stuhl ist es denn? Gar keiner? Die wird verschlossen sein. Ja, das dachte ich mir schon fast. Okay, also wir müssen halt... Oh, 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 okay, 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 okay. Der Sarkophag ist offen. Yay. So, dann lass doch mal in die dunkle Welt rüber. Oh, Freude. Und wir sind in Ägypten. Toll. So, Taschenlampe ist schon an. Zehn. Zehn. Ach, je mehr. Und natürlich zur Sonnenfinsternis. Wie soll doch anders sein? Darunter machen wir das ja nicht mehr. Unter irgendwelchen Symbolsträchtchen Ereignissen hier. Ah. Okay, da müssen wir gleich hin. Ich würde mich hier vorne mal ganz kurz mal in die Klippe stellen. Und einfach mal ins leere Star. Was ist das denn? Das ist doch keine normalen Vögel. Ach, nee. So, der alte Nialatotep. Und, dann mal runter, bitte. Dankeschön. Also, wie gesagt. Kann man nicht anders sagen. Grafisch sieht das Spiel richtig toll aus. Richtig toll. Soll ich das mal an. Der Sand sieht großartig aus. Die Verwehung da vorne. Toll. Haben sie schön gemacht? Haben sie schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, okay. Ich sehe da eine Schippe. Die würden wir nehmen. Eine Schaufel. Und hier haben sie ein Grab aufgemacht. Der versunkene Wüstentempel. Ich sollte wohl da runter. Nee, mach nicht, Alter. Mach nicht. Ich meine, ohne Scheiß. Was denkt er sich denn dabei? Was jetzt passiert? Irgendwie. Er geht da runter, um was zu tun. Guckt euch das doch mal an. So, aber wir haben noch kein Seil und nichts. Also einfach runterhüpfen ist auch nicht. Okay, wir schauen uns mal kurz um. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen anderen Eingang. Weil ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstehe. So, hier vorne haben wir... Ach, ein Lager. Vielleicht Beduiden oder Forscher. Wer weiß. Aber hier stehen Kisten. Also werden es Forscher sein. So, ihr Lieben. Hallo. Feuer ist auch schon aus. Hier hat keiner Feuerwache erhalten. Das ist schlecht. Ah, hier ist ein Seil. Das nehmen wir mit. Dankeschön. Seil. Haben wir noch was an der Truhe? Jenseits des Niltals. Der Tempel von Nefren K. liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt. Und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen. Aber sie ist im Sand versunken. Der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt. Aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens, die gibt es immer noch. Der Tempel soll lichtlos sein. Erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen. Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das man Nialatotep nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens Leuchtender Trapezoede ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt. Eine Botschaft an die Götter. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden. Aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus. Dunkle Wunder im Austausch für Seelen. Ja, das Leuchten der Trapezoede ist tatsächlich ebenfalls eine Geschichte von H.P. Lovecraft. Also eine Kurzgeschichte. Also es ist schon sehr, sehr, sehr verwoben. Mit den ganzen Geschichten, Nialatotep. Auch ein ganz bekannter Charakter aus allen Werken von Lovecraft. So, dann lass uns doch mal in den lichtlosen Tempel gehen, in dem alle Schrecken eingesperrt wurden. Da freut mich ganz besonders mit meinen Zehenschuss. Ah, was? Kräaturen! Ach nee, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, ich möchte nicht. So, okay. So, jetzt müssen wir seine noch irgendwo festbinden. Da will ich doch mal tatsächlich hier diesen wunderschönen, etwas mit blutbeschmierten Obelisken nehmen. Weil, auf geht's. Mach mal ruhig nochmal einen Doppelknoten. Muss ja auch halten. So, zack. Und runter geht's. Na, das Zeichen haben wir auch schon mal nachgelegt. Ja, Gott sei Dank ist es wenigstens ein bisschen dichter. Nein, das Zeichen ist jetzt gerade mit runtergekommen. Wie wollen wir denn jetzt wieder rauskommen? Und irgendwann hat Klick gemacht, als wir irgendwo raufgetreten sind. Oh. Es ist die Sternenkonstellation aus einem von Jeremys Büchern. Der Stier. Dieser eine Stern ist eindeutig größer. Muss wichtig sein. Ich habe ein Gefühl, dass der Vertrag hier irgendwo versteckt ist. Aber wie komme ich ran? Warum? Wieso versteckt man denn hier so was? Wieso? So, okay. Hier vorne haben wir eine Urne. Kanopé. Okay. Fehlt uns noch eins, um auch da wieder den verbotenen Text nicht lesen zu können. So, okay. Hier können wir nichts öffnen. Wir werden gleich nochmal in das Buch reinschauen, wo dieses Sternzeichen nochmal abgebildet war. Vielleicht finden wir nochmal irgendwie ein etwas... Oh, nee. Noch nachher alle auf. Einen etwas ergänzenden Text vielleicht dazu, der uns hier ein bisschen weiterbringt. Hier haben wir eine Schatulle. Alles so Grabbeigaben. Nichts drin. Das ist ärgerlich. Guck mal, ganz kurz nochmal. Jetzt mal findet er das so von der... Nee. Ist tatsächlich nichts drin. Das ist sehr schade. So, schauen wir uns mal um über den Türen. Hier haben wir eine Art Zeichen. Das sieht auch so ein bisschen aus, als könnten wir da oben irgendetwas einfügen. Also, es war ja die... Es war ja die... Die Rede von Spiegeln irgendwie, um das Licht zu bündeln. Oder von Linsen. Gucken wir mal. Hier können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Glauben wir einfach kurz hier bloß die Punkte ab. Um zu gucken, ob er irgendwo mit irgendetwas interagieren kann. Kann er aber nicht. Tatsächlich. Okay, ich würde jetzt auch nicht raufschießen wollen. Habe ich denn irgendetwas... Da... ...des Schattenmanns lag unter Sand begraben. Ein verfluchter und finsterer Ort. Jeder Schritt fühlte sich wie eine falsche Entscheidung an. Karnby musste den Vertrag finden, den Jeremy mit dem Schattenmann abgeschlossen hatte. Und hier verschwinden, bevor er vollkommen dem Wahnsinn anheim fiel. Okay. Verwende die alten Mechanismen des Tempels, um den Vertrag zu enthüllen. So, okay. Aber wie können wir jetzt Indiana Jones mäßig hier etwas auslösen? Okay, wir haben hier ein Blausauge. Und wir haben hier hinten ein Blausauge. Wir können aber nicht mit den Türen interagieren. Also im allerletzten Step irgendwie... Ah, ich kann auch hier leider nicht irgendwie irgendwas entzünden. Im allerletzten Step würde ich mal versuchen raufzuschießen. Aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das das Rätsel zu Lösung sein soll. So, okay. Hier haben wir auch nochmal eine Schatulle. Aber nichts. Nichts... Oh, hier haben wir einen Hebel. Oh, hier haben wir einen Hebel.